Ihr erster Fall Schön, dass Sie da sind. Dann auf gute Zusammenarbeit. Ihr erster Fall wartet auf Sie beide. Zwei Ermittler mit ganz eigenen Methoden. Schwul. Wir geben uns als schwules Paar aus. Wir wünschen uns nichts ähnlicher als ein Kind. Und mit vollem Einsatz. Wir sind auch schon alle sehr gespannt, wie Sie beide sich verstehen. Der Tatort am Freitagabend im Ersten.